Da stand er. Der Gugelhupf. Eingewickelt in der von dir so gehassten Plastikfolie. Es kamen so viele Bilder im Kopf zusammen und mir wurde fast schwindelig. Natürlich werde ich die Plastikfolie wieder mitnehmen und werde sie auch recyceln, siehst du? Ich habe doch was Gutes behalten aus unserer Zeit. Die Plastikfolie